Syntastischer Leute und Freunde und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute suchen wir mal, was ihr findet, der gute Teddy, der gerade wegläuft. Ja Teddy, bleib mal hier, eine neue Freundin zu sein, seine erste Freundin in Minecraft und wenn es euch gefällt, lasst unbedingt jetzt ein Like, damit mich mega freuen. Und liebe Grüße gehen heute an die Annabelle raus und ja, wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest, musst du einfach nur das Video jetzt positiv bewerten. Hashtag Syntame in die Kommentare schreiben, ganz wichtig und den Kanal abonnieren, da hast du die Chance im nächsten Video gegrüßt zu werden und ja, jetzt viel Spaß. So we can break up out the heat Hey, if I seem a little unimpressed with this, an anti-social pessimist, but usually I don't mess with it. Guten Morgen, Freunde und guten Morgen, Teddy, wie geht's dir denn so, Freunde? So, ich hab heute erstmal zwei Dinge zu erledigen, Freunde und zwar zum einen müssen wir, äh Moment, 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 Essen brauchen wir, genau, wir müssen ein bisschen Essen holen. Und dann müssen wir auch ganz, ganz wichtig hier die Brücke fertig bauen und dann hab ich mir überlegt, hey, wie wär's denn, wenn wir dem kleinen Teddy heute mal eine Freundin suchen, Freunde? Der ist so ein bisschen allein momentan, äh, ich würd' sagen, das wär auch eine ganz, ganz coole Idee, oder Freunde? Da würdet ihr euch ja auch freuen. Dann machen wir jetzt ein bisschen was an der Brücke und später dann, würd' ich sagen, gehen wir mal mit dem Teddy ein bisschen auf die Suche, ne? Ich glaub, das gönnt ihr dem doch auch, dem Teddy, hehehe, so, perfekt und wir brauchen echt jetzt lang, ich sag's dir jede Folge, dass wir mal eine Farm machen müssen, aber ich mach's irgendwie nie, ich mach's irgendwie nie und ich hab doch mehr Holz gehabt, wo hab ich denn das ganze Zeug hin? Äh, hier ist noch Holz, hier und hier hab ich's auch grad nochmal durchflimmernd sehen. Moment, das craften wir hier, haben wir direkt, perfekt und das benutzen wir jetzt für das hier oben, wo ihr seht's. Wir haben hier mittlerweile die Brücke, hier könnt ihr mal so die ersten Folgen anschauen, wie da die Brücke aussah und wie sie jetzt aussieht, also, ich würd' sagen, das sieht man auf jeden Fall einen kleinen, ja, aber feinen Unterschied, so. Das hier noch zumachen, Freunde, ja, und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob euch dieser Stil von der Brücke mittlerweile überhaupt so gefällt, ich find den so mega toll, mega cool, jo. So, zack, 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 hier auch, hier komm ich nicht hin, Moment, das muss ganz kurz weg, sehr schön, so, Freunde, perfekt, perfekt, das gleiche machen wir hier, das gleiche Spiel natürlich und dann ist natürlich auch ein bisschen geschützter die Brücke. So, wir wissen ja nie, was weiß ich, wenn da irgendwie's reinregnet, ist man hier halt pitsche, patsche nass und das muss ja auch nicht sein, Freunde, so. So, perfekt, 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 das alles noch, Freunde, wir haben ja noch unseren ganzen Stack da, also, am Holz, am, also, am normalen Holz, am Eichenholz, ne, genau, an den Eichelbrettern wird's auf jeden Fall nicht mangeln. Vielleicht am Birkenholz, wobei ich das hier auch grad gar nicht benutze, das hab ich extra jetzt grad so gemacht. So, komm, 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 perfekt, Freunde, zack, zack, äh, sieht doch schon mal gut aus, so, Freunde, herrlich. Jetzt kommt das wieder weg, das wieder weg, das wieder weg und dann haben wir jetzt quasi den ersten Teil, meine Freunde, von der Brücke fertig gemacht, wobei ich sagen muss, dass ich mir das ein bisschen cooler vorgestellt hatte mit diesen Birkenstrichenfetzen da, ja, fand ich eigentlich ein bisschen cooler, aber, naja, Freunde, kann man jetzt nichts mehr machen. So, mal ganz kurz schauen hier, ja, sieht eigentlich trotzdem ganz okay aus. Also, wir machen jetzt nochmal was hier was hin, und zwar, zack, 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 Freunde. Wobei, das würde ich, glaub ich, eher mit Zäunen machen, Moment mal, Zäune haben wir hier noch zwei. So, Moment, zack, machen wir nochmal ein paar Zäunen hier, Leute, äh, daran mangelt's ja jetzt nicht. So, an dem Holz, so, Teddy, was ist los? Ich hab gleich eine Überraschung für dich, Teddy, darüber wirst du dich, ja, ich denk mal, du wirst dich schon darüber freuen, da wirst du dich bestimmt drüber freuen, zack, äh, zack. Moment mal, Teddy, jetzt, aber ein bisschen runterkommen, du bist so aufgedreht, ey. So, machen wir das so, und dann hier noch hin, nee, wir machen es einfach so, würde ich sagen. Das sieht, glaub ich, besser, dann gleich noch auf der anderen Seite, logischerweise. Workbench nehmen wir mal mit, die muss ja nicht hier einfach auf dem Boden rumliegen. So, zack, 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 äh, Moment, so, und, ja, komm, runter, ja, wobei, das ist schon ein bisschen hoch, muss man sagen. Kann man nicht leugnen, so gesehen. So, jetzt wieder runter, ja, okay, Hauptsache, es steht erstmal, Freunde, ist jetzt ein bisschen übernatürlich groß geworden, aber, da machst du nichts. Rechts, so, das gleiche natürlich jetzt hier auch auf der Seite, Freunde, danach gucken wir mal, ob wir Zeit haben für Teddys kleine Überraschung. So, zack, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, so, und, ja, Freunde, da haben wir noch genau eins, das hat also perfekt gereicht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, Freunde, so, wir, ja, Freunde, ich muss jetzt ein bisschen was zum Essen holen, ist hier noch was drin? Ne, also, ein bisschen Ordnung sollten wir auch langsam mal in die Kisten bekommen, weil langsam, äh, läuft es hier ein bisschen aus dem, äh, aus dem Ruder. Und, Teddy, du kommst jetzt mal mit, dann haben wir vielleicht gleich eine Überraschung für dich. Das können wir ja schon mal, ja, eigentlich haben wir jetzt schon genug geschafft heute, da können wir uns auch ein bisschen Spaß jetzt gönnen. So, Teddy, Teddy, da ist er, und ich kann halt gerade nicht sprinten, hier sind zum Glück doch ganz viele Kühe, die nehmen wir jetzt mal mit. So, ja, Freunde, endlich was zum Essen wieder, so, okay, wir braten die zwar nicht, das ist schon ein bisschen Verschwendung, muss ich sagen, Freunde, aber, äh, ja, was soll ich machen? Ich, ich möchte halt jetzt einfach was essen, was schön saftisches, so, Moment, Freunde, lecker, schmecker, lecker, lecker, schmecker, so. So, 16, perfekt, äh, 18, so, 19, äh, 20, also, immerhin haben wir jetzt ein bisschen Essen wieder, Freunde, hehe, so, perfekt, perfekt, hier, das noch hinmachen, das noch hin, ja, aber, also, jetzt sollten wir erstmal ein bisschen Essen haben, würde ich jetzt mal ganz spontan behaupten. Und jetzt, Teddy, machen wir uns mal auf die Suche für dich, okay, Teddy, okay, 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 frei Teddy, was ist denn los? Und zwar, Teddy, gehen wir jetzt mal da hinten in den Wald, da, wo ich dich damals auch gefunden habe, so, Teddy, komm mit, und wir suchen jetzt mal jemanden für dich. So, ein bisschen was essen muss ich, deswegen habe ich auch noch was mitgenommen, Freunde, vorhin, und zwar den ein oder anderen Knochen, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, so, Teddy, komm mal mit. So, ich glaube, hier war der Wald, wo ich damals den Teddy gefunden habe, wir gehen mal rein und gucken mal, was es hier so gibt, und warte mal, ist es, oh, Freunde, hier sind noch mehr Kühe, und die droppen sogar Äpfel, heftig, okay, gut zu wissen, von diesen Kühen, so, mal gucken, ob wir hier spontan irgendjemanden finden, ne, Teddy, komm mit. So, Freunde, ist denn hier irgendjemand, hallo, wuff, wuff, da, Freunde, da ist doch jemand, Teddy, guck mal, da, ah, guck mal, das verstehen die sich schon mal gut. Aua, hey, nein, 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 das war so nicht geplant, das war so nicht geplant, das war so nicht geplant, oh mein Gott, Teddy. Nein, Freunde, das war so nicht geplant, ich habe das ganz vergessen, dass die alle so aggro werden, oh Gott, Leute, lass mich in Ruhe, äh, komm, geh weg von mir, geht weg von mir, Aua, ich will das gar nicht tun, Aua, hör auf, hör auf, hör auf, okay, Teddy, nochmal von vorne, okay, ich darf die nicht schlagen, dann werden die nämlich aggressiv. So, Teddy, guck mal, ich sehe hier, Teddy, wie findest du sie, Teddy, komm mit, sieht doch goldig aus, oder? Ey, der soll sich mal da weggehen hier, ey, zieh ab, so, guck mal, er ist ganz lieb, er ist der einzige, der lieb ist, Teddy, guck mal, Teddy, guck mal, Teddy, guck mal, Teddy, Teddy, Aua, Teddy, komm, ja, Teddy, es hat gefunkt, Freunde, es hat gefunkt zwischen den beiden, zwischen Teddy, wie heißt du denn, warte, wer ist Teddy? Ja, hallo, du Kleiner, ja, du Kleiner, guckt euch mal an, den kleinen Freunde, oh mein Gott, Teddy, ich bin stolz auf dich, okay, ihr kleine Hundefamilie, dann würde ich sagen, geh doch mal sonst nach Hause, weil es wird dunkel, oh mein Gott, Teddy, das musst du mir aber erzählen, das ist, war ja richtig toll anzuschauen hier, ach, du grüne, neuner, Teddy, 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 ich bin stolz auf dich, so, Moment, Teddy, 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 so, kommt mal mit, Freunde, so, rohes Rindfleisch, auch gegessen werden, Teddy, 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 was hast du denn da jetzt gerade wieder gemacht, Mensch, aber, wie gesagt, ich werde euch auch bald in den nächsten Tagen, Freunde, würde ich sagen, bauen wir denen mal eine kleine Hundehütte, dass sie jetzt mal in ihrer eigenen Familie dann gleich ganz allein wollen, wir gehen aber erstmal nach Hause jetzt, Freunde, wie goldig, die kleine Hundefamilie, oh mein Gott, da kommt Reaper, weg, 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 schnell, ganz, ganz schnell, so, Moment, 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 kommt hoch, kommt hoch, Freunde, kommt hoch, so, es ist auch jetzt schon richtig dunkel geworden, kommt rein, kommt rein, kommt rein, die ganze Familie mit, Teddy, 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 hätte ich niemals gedacht, dass das schon so weit geht, Der kleine ist schon mal da, Teddy auch, und wo ist deine Gattin, Teddy, deine Gattin noch, Moment, wo ist sie denn, komm mit, hallo, komm mit, so, hoffe, sie kommt jetzt mit rein, nein, sie kommt nicht, also, Teddy, was hast du denn da, ja, jetzt, fein, komm rein, komm rein, komm rin, Teleportiert, hallo, jetzt, komm doch, Hey, Leute, das, das ärgert mich da ein bisschen gerade, Teddy, 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 also, so ist es hier nicht geplant, ne, Dass es jetzt ewig hier so weiter geht, Okay, schlaf mal, oh, sieh, ich würde sagen, Freunde, wenn dir das Video gefallen hat, wird es wieder gefreut, ein Like da lassen, ein kostenloses Abo und ein liebes Kommentar, macht's gut, bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüss.